Hallihallo, heute sind wir wieder in diesem wunderbaren Weinberg Hohenberger in Bäsigheim. Die Blaukissen, die werden sehr gut angenommen von allerlei Insekten und gleich daneben wächst schon der Rhabarber. Es ist Karfreitag und deshalb gibt es natürlich in Schwaben Maultaschen, selber gemachte. Einmal bei der Sabine und dem Christoph mit einem Kartoffelsalat mit Schnittlauch drin. Und beim Jörg und mir mit dem Kartoffelsalat ohne Grün, aber die Maultasche schon prägelt und mit einem verklebberten Ei. Warum treffen wir uns hier heute? Weil der Christoph seinen neuen Schillerwein abgeholt hat. Hallo Christoph, du zeigst uns heute deine beiden Schillerweine im Vergleich. Ja, es ist ja in der Tat so, dass die Dargänge verschieden ausfallen und es spielt ja auch durchaus eine Rolle, was hinterher in der Kälte im Fass sich abspielt. Da haben wir jetzt den vom vergangenen Jahr, der Jahrgang 2020, der ist jetzt sehr hell ausgefallen. Und der schillert unglaublich schön im Glas. Und der ist etwas älter, 2015, 2016. Da war der Anteil der roten Trauben viel höher. Mehr Lemberger drin. Und je nachdem, wenn es noch länger auf der Maische drauf liegt, dann wird es halt auch dunkler. Oh, lecker. Und so haben wir jetzt also einen Erdboden, die gleichen Rebstöcke, aber Unterschiede. Wird sowieso jeder Jahrgang unterschiedlich. Hängt ja auch mit der Niederschlagsmenge zusammen. Wenn die Beeren ein bisschen kleiner sind, dann werden die Weine tendenziell kräftiger, weil weniger Saft da ist im Verhältnis zur Schale. Ja. Gehen wir zur Hauptsache über. Schmeckt sehr interessant. Vielversprechend. Christoph, vielen Dank für dein vieles Geschäft. Ja. Das hast du super gemacht. Es lohnt sich. Sehr gerne. Ich würde gerne fragen. Sabine hat die. Sie merken. Ja, auch die Sabine hat sich ja viele Plätze verstanden. Ja, 82 Öchsel hat er gehabt. Man merkt schon Unterschiede. Wenn man das, was man jetzt heute ernteln am Jahresende, heute, die Öchselzahlen sind einfach höher als vor 15 oder 20 Jahren. Dementsprechend ist dann halt das Ergebnis auch angenehmer. Ja, und wenn er ausgeschnitten ist. Natürlich. Aha, also du hast schon Vertragsreduzierung gemacht? Ja, natürlich. Ach nee, das Klima trägt dazu bei, aber natürlich auch, wie man im Wenger schafft. Der Kellermeister, der kann die Qualität der Taube, wie sie kommen, erhalten. Er kann aber halt nicht mehr dazu machen. Deswegen ist es immer wichtig, gerade was der Sabine Arbeit betrifft, noch alles rausschneiden und das bearbeiten unter dem ganzen Jahr. Super gemacht. Also dann mit Grüßen an euer Lese-Team. Sehr gerne. Schöne Ostern alle miteinander. Hey Leute, hat's euch gefallen? Dann guckt doch öfter mal in meinen Kanal rein oder auf meine Homepage. Da hat's ein ganz nettes Programm. Bei uns ist nämlich etwas geboten. Bei uns für deine Lust. Drumpósala. Der Herr Schöne ist ja dabei. Bei uns sind ja eigentlich mit additions. Und dann, wenn du es sitzt, glaube ich. Das ist sehr gut.